Drei Tote. So etwas hat es bei uns noch nicht gegeben. Das ist der Artein Kabaschi von der Kabaschi-Familie. Kosovo-Albaner, aber die Bürgerin. Für uns Albaner in der Schweiz ist das normal. Der Schlaumeier da ist der Simon, mein Evon. Es ist alles so schnell gegangen. Das hat nichts mit uns zu tun. Rippe. Da sei, ich habe gesagt aus dem taus.